Am Geopark Pfad Odenwald Die Heuneburg am Fischbachtal im Odenwald Stonehenge im Odenwald Ehemaliger Sitz eines alemannischen Kleinkönigs Kelten und Römer sind vor ca. 2000 Jahren vermutlich durch das Fischbachtal gezogen Der Holzsteinerde-Ringverteidigungswall Heuneburg auf dem Berggipfel der Altscheuer wird heute als Sitz eines alemannischen Kleinkönigs aus dem 4. Jahrhundert gesehen Wallreste, naturüberwuchert, sind noch zu erkennen Besonders auf dem Bergplateau findet man große Dioritsteinfelsen Diese Granitsteinformationen, zum Teil bis über 3 Meter Höhe senkrecht angeordnet zeigen Ähnlichkeit zu den Megalitsteinkreisen wie z.B. die Stonehenge-Kreise Die Heuneburg auf der Altscheuer im Fischbachtal im Odenwald Siehe unter anderem unsere Spezialfilme Hier archäologische Ausgrabungen im Südbereich des heute voll bewaldeten Verteidigungswalls der Kelten und Alemannen ca. 50 v. Chr. Verteidigungsmustus Musik Musik